Aristoteles meint, ein guter Mensch muss gute Charaktereigenschaften besitzen. Das heißt, ethische Tugenden. Zum Beispiel Großzügigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Zu wenig Großzügigkeit bedeutet Geiz und der ist schlecht. Aber zu viel Großzügigkeit wäre Verschwendung und die ist auch schlecht. Großzügigkeit ist also die Mitte zwischen zwei Extremen. Genauso die Tapferkeit, die in der Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit liegt. Und Mäßigung ist die Mitte zwischen Wollust und Stumpfheit. Und so ist es auch bei anderen Tugenden. Es geht immer darum, die rechte Mitte zu finden. Und Mitte heißt auf Griechisch Mesotes. Wo genau die Mesotes liegt, erkennt man durch Klugheit. Durch wiederholt richtiges Handeln gewöhnt man sich an die Mesotes und bildet einen guten Charakter aus.